Tim Lobinger kämpft seit sechs Jahren gegen den Krebs. Bunte verrät er darüber, dass er Kraft aus der Familie schöpft. Kurz vor Weihnachten ist er Großvater geworden. Ein Wunder, immer wieder. Und dieses Wunder misst bei der Geburt ganze 50 Zentimeter, hat große blaue Augen und entwickelt sich seit vier Wochen prächtig. Die kleine Fia, abgeleitet aus dem Italienischen, das bedeutet so viel wie die Flamme oder die Feurige, macht nicht nur ihre Eltern Fee und Jonas überglücklich. Der Name passt schon jetzt perfekt, lacht die junge Mama. Mit Fia ist ein kleines Feuerwerk in unser Leben getreten. Auch der frischgebackene Großvater und frühere Weltklasse-Stabhochspringer Tom Lobinger ist ganz aus dem Häuschen. Die Kleine ist unglaublich. Jung Opa zu werden, habe ich mir immer gewünscht. Ich bin so stolz auf Fee und Jonas. Die machen alles mit einer so großen Coolness, dass ich mich als junger Opa entspannt zurücklehnen kann, schwärmt er. Die ganze Geschichte lest ihr im Bunte Magazin ab Donnerstag, den 26. Januar.